Musik Musik Der Musikverein Hinberg bedankt sich für die Nominierung zur Cold Water Challenge für die Nominierung zur Cold Water Challenge 2014. Wir bieten eine gute Show. Wir haben uns extra schlechtes Wetter bestellt, weil bei schönem Wetter kann es auch jeder. Musik 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 Ja, nachdem wir jetzt erfolgen, erfolgreich die Nominierung angenommen haben, die Herausforderung bestanden haben, das Wetter extra bestellt haben, damit es schlecht ausschaut, dürfen wir uns natürlich jetzt Vereine aussuchen, die in diesem Sinne weiterarbeiten. Ab jetzt 48 Stunden Zeit für den Musikverein Oberla den Musikverein Gablitz Herzlich Willkommen den Musikverein Bulckau Bulckau Nachdem wir hier dreimal nominiert worden sind, erlaube ich mir, nicht nur drei zu nominieren, sondern auch aus der Himberger Bevölkerung wen ins Boot zu holen, und zwar die Feuerwehr Bellendorf Ja Die Feuerwehr Himberg Ja Und natürlich, Höhepunkt die Feuerwehr Felm Ja Ab jetzt 48 Stunden Zeit die die Cold Water Challenge nachzumachen oder etwas uns vorzulegen das ins YouTube zu stellen oder ins Facebook uns zu zeigen, dass sie es geschafft haben Andernfalls sie es nicht annehmen, die Forderung werden sie uns bei unserem Fest am 6. und 7. September eine Fassbier-Spende spenden! Fassbier-Spende! 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 So Ab jetzt, die Zeit läuft! Los, die Berg! Los, die Berg! Los, die Berg! Los, die Berg! Los, die Berg!